Die siebente Merseburger Fight Night und neben mir stehen nun zwei bärenstarke Marokkaner, die hier heute Bombenkämpfe abgeliefert haben. Einmal Mohamed Jaraya, der Fighter of the Night, und nehmen ihm Elias Boulayt, beide harte Kämpfe abgeliefert. Mohamed, wir beginnen mit dir. Du hattest heute eine sehr kurze Kämpfe, du hattest den Beast-Mode direkt aus dem Beginn. Du hattest aus, du hattest große Hände auf Leo Böndinger, ich glaube, er hat seinen Fuß aufgeliefert. Aber wenn er seinen Fuß nicht aufgeliefert hätte, würde das alles aufgeliefert? Wenn er nicht schmerzt, werde ich ihn in der zweiten oder der dritte Runde knacken. Vielleicht ist es besser, dass er ihn verletzt hat. Vielleicht ist es... Wenn wir in deinen Videos sehen, wir sehen immer deinen Stylen wie das. Straight going forward, straight punching, und natürlich, du hast einen Trophy für das. Du denkst, dass du, wenn du höher auf die Runde aufgeliefert musst, etwas über diesen Stylen ändern musst du? Nein, ich muss nichts ändern. Das ist mein Styl. Ich habe immer einen Spielplan, und ich mache das, was ich mache. Um den Mann zu verbrechen? Um den Mann zu verbrechen. Und ich werde alle, die aufgeliefert werden. Und dann habe ich meinen Weg. Das klingt, wie du nichts verändert hast in der Präparation für Leo Böndinger. Hast du noch Videos von ihm oder so? Ich meine, ich frage mich, weil ich dich gestern gesehen, an dem Weih-In, und du kamst in da ein bisschen late und du denkst, oh, das ist der Mann? Okay, kein Problem, ich habe ihn. Ja, ich weiß nicht, wer ich kenne. Das ist nicht mein Job, um seinen Styl oder meine Trainers zu tun. Aber ich habe meinen Styl, ich mache immer mein Ding. Und natürlich funktioniert das. Du bist ein sehr populärer Mann hier an Infusion. Was sind deine Gäste für den Zukunft? Du bist ein sehr junger Mann, einen sehr beeindruckenden Styl. Wo werden wir dich in den nächsten paar Jahren sehen? Ich bin der Weltkampion von Infusion. 76 Kilogramm. Und ich möchte Robby Achemann auf 70, um seinen Weltkampion zu bekommen. Aber sind es noch andere Organisationen, bei denen wir deine Sight set haben, zu sprechen über Glory oder so? Ist das etwas, das du willst in der Zukunft erreichen wollen? Ich möchte alles, was für mich gut ist. Und ich habe jetzt mit Infusion für vier Jahre gewonnen. Also, ich kämpfe und ich sehe, was... Und wir sind sehr gespannt auf das. Wir kommen zu dir, Ilyas. Dein Kampf dauerte ein bisschen länger als seine. Du hast gerade, oh mein Gott, ein loudes Sound hier. Du hast Mark Vogel, ein sehr gesünderter Veteran hier in Deutschland. Ein Mann, der seine Comeback nach zwei Jahren absente. Aber er war eine sehr gute Kampf. Wie war es? Ja, ich war ein bisschen überrascht. Ich trainierte für diesen Kampf, wie ich für jeden Kampf trainierte. Ich nehme jeden Kampf sehr ernsthaft. Und ich habe nur meine Sache gemacht. Das war mein erstes Spiel auf 70 Kilogramm. Das ist nicht meine Weitklasse. Wir wollten nur versuchen. Und Mark Vogel hat einen guten Job. Er stand drei Rounds mit mir. Und er überlebt. Ich habe ihm ein sehr guter Schläger. Aber er hat nicht gebrochen. Ich habe das, was ich muss machen. Ich habe das Kampf gewonnen. Der Publikum hat mein Kampf gewonnen. Ich habe das, was ich muss machen. Und er hat einen sehr schweren Rounds in der ersten Rounds. Du hast auf jeden Fall eine Chance gesündet. Wir haben ein bisschen gewonnen, bis zum Ende des Rounds. Als nächstes Rounds gesündete du wieder. Ist das immer dein Spielplan? Firing Knämpfler und dann das Ding nachher? Nein, das ist nicht mein Spielplan. Mark Vogel war ein richtig schweres Puncher. Er war 70 Kilogramm. Er kam in und er war 70 Kilogramm. Ich habe einfach viel gegessen und hatte 68 Kilogramm. Ich wollte ihn wirklich schnell wegwerfen. So jeden Anfang der Runde wollte ich ihn wegwerfen. Aber er hatte eine sehr schwierige Hände. Er ist eigentlich bekannt für das in Deutschland. Er hat eine sehr ironische Hände. Er hat das heute natürlich gezeigt, weil du wirklich sehr schwierige Hände hast. Du sagst, das ist nicht deine Kategorie. Bist du auf 70 Kilogramm oder zurückgekehrt? Nein, ich gehe nach 67 Kilogramm. Das war nur für mich, was ich in 70 Kilogramm war. Aber ich habe einen tollen Job. Aber ich gehe nach 67 Kilogramm. In etwa zwei Wochen habe ich mich gegen King of Kings in Polen. Und zwei Wochen später habe ich mich in Japan in der K-1-Tournament. Ich habe einen sehr schwierigen Monat. Ich train einfach hart. 67 Kilogramm ist meine Kategorie. Denn wenn er 67 Kilogramm war, dann würde er nicht überleben, dass er hart gescheitert und hart gescheitert. Wir freuen uns auf euch. Wir freuen uns auf das. Auch meine Freundin, auf eurem nächsten Fights. Vielen Dank für die Zeit. Zwei fantastische Fights aus Morocco. Vielen Dank. Ich möchte noch einmal sagen. Wir freuen uns auf den 21st Dezember. Wir haben einen tollen Kickboxing Show. Enfusion. In Os. Wir haben einige ziemlich gute Fights. Ich fahre für den Welttitel. 67 Kilogramm Enfusion. gegen Typhoon Oskam. Mohamed Jirai. Ich fahre für Antonio Gomez. Wir haben einige sehr gute Fights. Ebrahima Bustati. Und ich freue mich sehr auf diese Fights. Also, wir sehen uns auf Enfusion. Der 21st Dezember. Schau mal. 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 Vielen Dank.